Ich bin Paul Ribke, ich bin Fotograf und vor 14 Jahren habe ich mein allererstes Foto gemacht im Sportbereich für den FC St. Pauli, Felix Luz, die Camouflage-Do-Your-Football-Trikot-Präsentation. Und jetzt zur USA-Tour habe ich ein kleines Comeback. Ich werde wieder für die USA-Reise der Teamfotograf des FC St. Pauli 5 Tage lang irgendeinen Quatsch machen. Und ich werde die Instagram-Kanäle übernehmen und ich werde zwischendrin Videos und Fotos machen. Und ihr dürft euch ein bisschen was wünschen. Deswegen schickt uns einfach Mails, was wir da machen sollen, was ihr gerne sehen wollen würdet. Welche Spieler wir fotografieren sollen, welche nicht. Und wir fotografieren auch das neue Trikot und zeigen euch das dann. Und das wird, glaube ich, eine lustige Reise. Ich freue mich sehr. Meine Bezahlung dafür ist übrigens dieser Hoodie, den ich anhabe. Ich freue mich sehr, zurückzukommen zum FC St. Pauli für die USA 2018-Tour. Wird lustig. Tschüss.